Musik Na, guten Morgen. Habt ihr es erkannt? Falsche Ferte gelegt, was? Es war nämlich kein Politiker, der gesagt hat, er möchte aus der Toilette trinken, ohne Ausschlag zu bekommen, sondern es war Frank Dredd in dem Film, die nach der Kanone. Den Spruch, den es heute zu erraten gibt, der hängt auf der Rückseite von dieser Tür, meiner Bürotür im Landtag, und er lautet, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Wer hat es gesagt? Der Vielen Dank.